Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Nest Play zu SimCity 4 und genau, wir waren jetzt mal hier in unserer Hauptstadt unterwegs und haben endlich anfangen können, die Hauptstadt weiter auszubauen. Jawohl, wir haben endlich eine stabile Nachfrage an allem, liegt aber daran, dass wir ein wenig, ja, soll man sagen, die Spielmechanik umgangen sind, weil normalerweise, habe ich euch mein letztes Mal erzählt, die Story, ne? Ja, habe ich euch mein letztes Mal erzählt, das war schon krass, was da passiert ist, aber okay, es geht jetzt weiter auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Was ist das denn? Warum kann ich einen Park bauen, obwohl ein Gebiet schon beliebt ist? Das ist irgendwie ein Bug oder so. Maxis, das solltet ihr euch, bzw. EA, solltet ihr euch auch mal angucken, wenn ihr das Spiel noch supportet. So, irgendwer schreibt hier. Meine Güte, was ist mit den Krankenhäusern los? Total überlastet. Dann kann man schon verstehen, dass die Streiken, so. Ist ja gut, ich habe euch ein nächstes Teufelskrankenhaus hingestellt. So, okay. Alles klar, dann habt ihr ja alles, was ihr braucht, ne? Genau, das heißt, wir können hier Jobs und Autobahn bauen. Sehr schön, weil wir sind mittlerweile, hallo? Ah, schon. So, wir sind echt mittlerweile schon ziemlich weit hier unten und jetzt müsste man hier weitermachen für Gewerbejobs. Und von daher machen wir das mal. Okay, perfekt. Dann hier eine schöne Auffahrt. Jawohl, mit Einbahnstraße. Einbahnstraßenverbindung. Das Gleiche dann nochmal hier zurück. So. Ja, Freunde, endlich geht's weiter mit dem Stadtbau, Städtebau. Das war ja schon sehr viel regionales Spiel, was wir da beim letzten Mal gemacht hatten. Und es kann auch ganz interessant sein, aber man möchte halt auch Fortschritte in der Hauptstadt haben, ne? Deswegen freue ich mich jetzt, dass das so gut klappt. So. Ist doch schön. Alles klar. Ähm, dann. Wir können hier, ja, wir können. Sehr gut. Jobs. Jobs ohne Ende. Wir brauchen Jobs. Und da kommt wieder ein Geschenk. Das wollte ich nochmal machen, ne? Die habe ich mir auch schon abfotografiert. So. So will man das sehen, wenn es vorangeht. Dass es vorangeht hier. Wir brauchen noch ein paar Parks, ne? Ja. So. So. Perfekt. Kommt schon das nächste fette Gebäude. Ja, das ist wirklich krass. Und, äh... Ja, wie gesagt, also wir hatten jetzt im Moment so ein bisschen die Sprache verschlagen, weil tatsächlich, äh... Ich hänge jetzt quasi ungelogen seit drei Tagen vor diesem Spiel. Und das war einfach so krass. Aber, hey. Die Jobs kommen. Und damit die Einwohner? Ich wollte sagen, wir sind schon bei 2,4 Millionen. Ja, vorsichtig. Vorsichtig. Pendelverkehr ist lang. Na, wartet mal. Hier können wir einfach eine große Glase machen. So. Dann gebt ihr Ruhe. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der wird ja wahrscheinlich einen zu langen Arbeitsweg. Aber ich werde trotzdem jetzt hier weitermachen. Weil, äh... Das bereich mit dem Automatkreuz. Ist schon... Sieht schon krass aus, ja. So. Und dann... Na, was ist los, Yuki? Ach, guck mich unsere Katze so komisch an. Ach ja. So. Gut. Machen wir hier nochmal eine große Blase rein. Große Blases sind nämlich nach wie vor gut für, äh, Nachfrage an, äh, Einwohnern. Ach, das machen wir anders. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Die Bushaltestelle kann sich ja mit der Autobahn verbinden. Das ist ja so geil. Hehe. Oder auch dich. Da hab ich mich jetzt gerade selber verraten. Okay. Komm. Dann halt nicht. Aber, hey. So. Dann. Wie geht's weiter? Mehr Jobs, würde ich sagen. Ja, mehr Jobs. Einfach mehr Jobs. So. Ähm. Ja, ich hab jetzt wieder eine Firma abgerissen, aber, mein Gott. So ist das, wenn man eine Stadt aufbaut. So. Hier nochmal. Und hier nochmal. Und hier nochmal. So. Ja, jetzt sind wir in einem, jetzt sind wir tatsächlich in so einem Flow drinnen, Leute. Wir sind in einem Flow drinnen, wo man tatsächlich ganz in Ruhe aufbauen kann. Und Fortschritt hat. Das ist verdammt wichtig. So. Dann machen wir hier auch die Vierer. Jawoll. Guckt euch das an. Hahaha. Fette, fette, fette Gewolde. Richtig nice. Richtig nice. Richtig geil sehen die aus. Schaut euch das an. Ja. Dass es da gleich kommt, das ist wirklich genial. So. Ähm. Große Plazas brauchen wir. Für Nachfrage nach Einwohnern. Weil ihr seht das, ne? Das hat sich nicht geändert. Tatsächlich. Und ja. Dann hoffe ich, dass euch das Projekt nach wie vor gefällt. Auch wenn es schon so gut ist. schon über 75 Folgen lang ist. Aber. Ja. Es ist halt nur City 4, ne? Es ist eigentlich ein endloses Spiel. Aber, ähm. Für uns nicht. Dass die als Let's Play irgendwann plötzlich zu Ende gehen. Und, ähm. Was ich auch sehr schade finde. Ich finde es nach wie vor sehr geil, das Spiel. Aber, jedes Spiel ist irgendwann zu Ende, ne? Und schaut euch diese Gebäude an. Mit Swimming Pools oben drauf. Ja. Die haben es gut, ne? Da würde ich auch gerne arbeiten. Jetzt mal ehrlich. Ich wollte schon sagen. Die sind alle. Die sind alle benötigt. So. Was ist jetzt hier mit euch los? Warum? So. Machen wir nochmal hier Bäume, Bäume, Bäume. So. Oh ja, warst du. Was ist das denn? Was ist das denn? Bebautes Land. Was ist das denn? Was ist das denn? Ne, mach das weg. Äh. Ich weiß doch kein. Was ist das denn? Hä? Okay. Irgendwie verbackt. Keine Ahnung. Mach das weg. Mach das weg. so genau da müssen jobs hin und keine freien flächen wunderbar ja sehr schön wir sind zwar immer noch ein bisschen aufpassen so müssen minimal aufpassen auf die finanzen ist nämlich bei 15 millionen mittlerweile angelangt und ja das war auch mit dem grund warum das so scheiße gelaufen ist in meinem versuch gegen finanzen dass die abkacken ja das ist so jo alles klar dann macht die mal weg wenn ihr nicht wollt einfach hat zu verzeihen hat da kommt ein geschenkchen wieder nein danke das ist gut so kommt dasselbe gebäude zwar noch mal dahin aber mein gott so können hier die einwandstraße so machen genau und dann machen wir euch jetzt mal hier neue jobs hin ihr nervt langsam da oben echt ihr nervt da oben so das heißt wir haben hier an verkehrs ist alles angebunden eigentlich also war hier muss halt ich stelle hier muss sagen stelle hier um bahn da um bahn so und sagt und sagt dass das schön miteinander verbinden hier ach da oben ist gar da oben fehlt ich erzähle haben das erstmal an mit rückgeln zu finden wozu wird ja insgesamt an ich saß es ordentlich mehr snapped Ja, die Jobs, die kommen. Sehr gut. Die Jobs kommen. Wunderbar. Ihr habt keine Arbeit, dann das heißt, ihr könnt weg. Ich bin da mittlerweile schmerzfrei, was das angeht, wirklich, weil so lange mit rumgeärgert, da habe ich echt keine Buße mehr für jetzt mit den Reichen. So. Okay. Wir sind bei 2,4 Millionen Einwohner. Wir gucken mal, wie es mit dem Gleichgewicht zwischen Jobs und Einwohnern aussieht. Oh, wir brauchen viel mehr Jobs. Wir brauchen viel mehr Jobs. Okay. Was die Jobfront angeht, würde ich jetzt natürlich gerne hier weitermachen. Das ist einfach ein fettes, fettes Jobgebiet jetzt, weil... Was soll ich noch dazu sagen? Also, da hinten ist halt das Einwohnergebiet. Deswegen haben wir da auch Schulen stehen. Und hier, die Jobs, die brauchen ja keine Schulen. Da reicht es schon. Boah, ja. Genau. Wow. Sind zwar alles die gleichen, aber... Es sieht krass aus. Es sieht einfach krass aus, oder, wenn die so kommen. Wow. Es sieht richtig heftig aus. Wow. Und alle sind bedient. Das ist es ja. Ne? Es ist doch Hammer. Hier vorne müsste es dann eigentlich auch besser aussehen. Ja, tut es auch. Da haben wir Bäume. So. Ich glaube, wir können hier auch noch mal ein bisschen was an kleinen Parks hin, in den älteren Plaza hin machen. Ich glaube, die bringen uns auch mehr Einwohner. Ich bin mir aber nicht sicher. So. 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 Ja, perfekt. Auch wenn sie hier Unfälle bauen, aber mein Gott. Das kann man nicht mehr verhindern. Oh. Oh Gott, Freunde. Äh, abspeichern. Ähm. Puh. Ich bin jetzt gerade voll erschrocken. Das Spiel ist auf einmal auf den Desktop gesprungen. Puh. Boah. Wenn das jetzt abgestürzt wäre. Ich habe es erst am folgenden Anfang gespeichert. Puh. Boah. Schreck, lass nach. Warum ist mein Rechner auf den Desktop gesprungen? Boah. Leute, Leute. Macht mir nicht so der Angst. Jagt mir nicht so der Angst ein. Verdammt nochmal. So. Ähm. So passt das genau. Jawoll. 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 Sehr schön. Ähm. Das heißt, wir können dann hier hängen. Dann hier. Könnte man dann sowas machen, ne? Ja. Ist gar keine schlechte Idee. Okay. Genau. Boah. Also, wenn jetzt der Fortschritt weg gewesen wäre, ich hätte geschrien. Echt. Warum spiele ich dieses Spiel auf den Desktop? Ich habe einen neuen PC mir geholt. Warum hast du noch Bugs, du blödes Spiel? Naja. Okay. Ähm. Das. Ja gut. Das wird sich entwickeln. Okay. Das heißt, wir können hier weitermachen. Hier und hier. Oh. Hier und hier. Hier U-Bahn und U-Bahn. Dann schön mit dem Rest des Netzes verbinden direkt. Ach Leute, die in der Hauptstadt wohnen, ihr habt so gut. Ihr habt so ein geiles Verkehrssystemsnetz, ne? Ja. Das hätte ich auch manchmal gerne, du. Ganz ehrlich. Im Realleben ist sowas so schwer zu... Ja komm. Dann machen wir da halt einmal kleine Flächen hin. Da kommen ja auch ein paar Gebäude raus. So ist ja nicht. Im Realleben ist sowas so selten, einfach wenn so Städte so ein gutes System haben. Alle Städte, wo ich bis jetzt war, ist Nahverkehr echt ein heikles Thema. Deswegen finde ich das hier doch saugut. Dass man das sowas halt nachspielen kann. So. Hier gibt es jetzt wieder Jobs en masse für euch. Ja und wir sind im Plus. Okay, das ist gut. Müssen wir wieder... Oh ja. Müssen wir wieder ein bisschen Geld sparen. Wow. Arbeiter 0. 2700 mit dem Auto. Ja, okay. Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, 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 mehr von Jobs. Weil ihr seht das. Die Einwohner kommen aber die Jobs nicht. Deswegen machen wir hier einfach weiter. So, perfekt. Ach guck mal, wir müssen hier sogar schon weiter runter jetzt. Das ist doch krass. Oh Gott, schon 10 vor 9. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, der Sonntag ist doch fast wieder vorbei. Was soll das denn? Oh ja, gut. Aber wie gesagt, nur noch eine Woche. Ne, zwei Wochen. Und dann bin ich erstmal weg im Urlaub. Da müsst ihr ohne meine Let's Plays klarkommen. Aber ich denke, könnt ihr auch meine alten Projekte angucken. Nicht mal. Nicht Spaß, alles gut. Wisst ihr nicht. Wenn ihr nicht wollt. So. Ab. Dann. Mehr Jobs. Mehr Jobs. Mehr Jobs. Mehr Jobs. Mehr Jobs. Mehr Jobs. Nein, nicht so. Ist okay. Ich denke mal, das ist okay. Bus, Haltestelle, U-Bahn, Station. Ja. Das ist okay. Habe ich mir schon fast gedacht. So. Wow. Eine fette Mall. Und zwar sein Hotel. Ja. Sehr cool. Ah, das freut mich einfach. Das freut mich, dass das jetzt so gut läuft hier. Wie gesagt, es war ein Mod nötig. Aber jetzt haben wir wieder ein normales SimCity 4 Spielerlebnis. So. Gibt ihr hier noch eure Stationen? So. Genau. Oh, da ist die Verbindung gekappt. So. Dann geht es hier nochmal schön weiter. Zack. Da kommt eine Bus, Haltestelle, U-Bahn, Verbindung hin. Oh, ja. Der Soundcheck ist nice. Ich mag diese Musik. Wie ist meine Lieblingsmusik hier? Ah, geil. Geil. So. Ja, guckt euch das an. Wow. Haha. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Ich bin begeistert. Was man nicht alles erreichen kann, wenn man die Spielmechanik ein bisschen umgeht. Wow. So. So. Das heißt, hier haben wir finanziell wieder gute Karten. Ach, jetzt handeln wir nun. Ja. Wir müssen wahrscheinlich wieder mehr exportieren bald. Aber. Och. Ja, Hightech-Industrie. Machen wir mal. Ach komm. Ich denke, wir werden nicht, ähm, in naher Zukunft nicht mehr in die Hightech-Industrie-Städte müssen. Ähm. Oh. Okay. Ein Brown Bolt. Wir haben Energie. Ah, aber wir müssen in die Support-Stadt. Okay. Alles klar. Das heißt, raus hier. Wunderbar. 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 So. Weil mehr Energie ist immer ein gutes Zeichen. Weil das heißt, dass wir im Wachstum sind. So. Ach, guck mal. Den Cheat rufe ich gar nicht mehr hier. Weil wir schon so viel verdienen. Was das schon ausreicht. Äh. Einen Moment. So. Da bin ich wieder. Ähm. Ja. Kurz weg gewesen. Was gegessen. So. Ähm. Genau. Wir wollten hier weitere Kraftwerke aufbauen. Na, glaub ich. Ja, das war so. Um mehr Energie. Exportieren zu können. In unserer Hauptstadt. Pfff. Pfff. Naja. Feuer. Ist in Ordnung. Äh. Pfff. Ist okay. Ähm. Pfff. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt unerwartet. Aber so. Genau. Pfff. Einfach daneben stellen. So. Jawohl. Sollte eigentlich weggehen. Jawohl. Sehr gut. Okay. Ähm. Das heißt. Wir können jetzt zurück in unsere Hauptstadt. Ah. Die Jobs sind fast gleich viel. Okay. Sehr schön. So. Dann schauen wir doch mal. Warum. So. Das ist deswegen. Dann machen wir die kleinen Gebäude weg. Ich möchte den Hochreiser jagen. Oh. Hochreiser. So. Ah. Ist okay. Komm. Dann ist in Ordnung. So. Ich glaube wir wollten weiter Gewerbe ausbauen. Ja. Genau. Das machen wir auch. Ähm. Indem wir hier hin gehen. So. Das einfach. Ah. Vorsichtig. Vorsichtig sein. Nicht so schnell. Weil ähm. Sonst haben wir da wieder nur 2x2 gewollt. Auch vorbei. Die können eigentlich auch ganz gut tun. Komm. Guck mal. 99 Peer Street. Cool. Aber. Gut. Ich glaube da brauchen wir nochmal. Ja. Da werden wir nochmal ne. Verbindung brauchen. Und hier haben wir wieder ähm. Blackouts. Das heißt. Äh. Nachbarschaftshandel. Energie. So. Perfekt. Und das ist klar. Da kann es weitergehen. Freude. Ähm. Ja. Vielleicht habe ich jetzt noch einen schönen Gewerbeausbau. Jawohl. Schaue ich das nicht. Dann kommt wieder ein neues. Gebäude. Ach. Wasser. Bäh. Jetzt will ich mich Wasser. Haha. Die Leben waren schon. So. Na. Was sagt denn hier keine Straße? Na. Ich glaube das war nur okay. Ja. Sehr gut. Einfach nur Parks bauen. Haha. Manchmal wollen die einfach nur Parks haben. Die Leute. Was man ja verstehen kann. Ist schon krass. So. Jawohl. Schaut euch das an. Pures Wachstum hier. Wow. Was kommt denn da raus? Ey. Das sieht ja geil aus. Ein zweimal Zweifeld. Wow. Okay. Ich bin überrascht. Ey. Schick. Denkmalschutz. Schick. 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 Sehr cool. Ähm. Okay. Das heißt wir können hier wieder. Bildung etwas hochschrauben. Ja. Und ähm. Gucken wir mal ob die hier Polizei und Feuerschutz haben. Ja. Haben sie da oben drin. Machen wir. Gehen wir den mal hier. In die Polizei hin. Feuerschutz. Oh. Feuerschutz. Feuerschutz ist hier gar nicht. Das heißt wir müssen da noch mal was tun. Haben wir aber so mitgemacht. Okay. Sehr cool. Dann machen wir mal schön weiter. So. Ja. Ein zweimal 4. Ein zweimal 3. Ein zweimal 3. Ein zweimal 3. Ein zweimal 3. Und dann machen wir das so. Genau. Jawoll. Drei mal drei. Und dann sind wir schon am Kartenrand. Oh mein Gott wie schnell. Wow. Wie schnell dieses HimCity IV gehen kann. wenn man einfach nur baut. Ja, wenn man einfach nur baut, genau. So, dann. Verkehr. Ach, verdammt. Moment. Langsam. Langsam. So. Wir machen weiter so. Genau. Dann hier nochmal. So. Ja, perfekt. Nein, nicht perfekt. Ach Gott. Nicht perfekt. Verdammt. Ja. Aber es muss. Es muss hier sein. Ja, hier geht's. Genau. So geht's. Jawohl, Leute. Ja, das freut mich wirklich, dass es so gut läuft. Hier. Hier hin. Und hier hin. Und hier unten hin. So. Schön Bahn. Anschluss. Zack, zack, zack. Damit sie die... Ja. Ja, das passt doch. Passt doch. Passt doch alles. So. Das ist jetzt natürlich ein massives Projekt, was wir hier haben. Aber... Ja, ich mein... Alles für das Wachstum, nicht wahr? Wir haben auch nur noch zweieinhalb Minuten. Das ist so krass, ja. Wir haben nur noch zweieinhalb Minuten. So, und hier können wir dann euch noch eine Station hin tun. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das gleich rasant wachsen wird. Hier. Zack und zack und zack und zack. Da. Das wird jetzt massiv, glaubt mir. Da passt jetzt gerade auch die Mucke zu. Die Musik. Ja, ganz so massiv ist es nicht, aber... Es ist besser als nix. Sagen wir es mal so. Definitiv besser als nix, ja. Und hier müsste man eigentlich auch noch mal eine Straße hinmachen. Wartet mal. So. Äh, so. Und dann hier einmal... So, genau. Und dann hier noch mal Bus und U-Bahn rein. Ja, ganz genau. So machen wir das. So eine Stelle U-Bahn ist schon verbunden. Sehr gut. Oder ist schon verbunden? Ist schon verbunden, ja. So. Dann könnt ihr Jobs eröffnen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ah, herrlich. So, das heißt, die Bildung kann wieder hoch. So. Ah, wollt ihr nicht? Jetzt zieht es euch noch ein bisschen. So. Aber so sollte das doch klar gehen, denke ich. Jo. Hahaha. Ah, perfekt, Freunde. Perfekt. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. So. So. Gut. Dann sind wir eigentlich auch schon... ...schon durch, würde ich sagen, ne? Für diese Folge. Ähm, die Straße hier würde ich noch mal gerne... ...der Bahn verbinden. So. Genau. ...dass wir dann hier direkt weitermachen können. So. Perfekt. Gut, liebe Leute. Ähm. Die hier, die wollen irgendwie keine... Warum braucht ihr nichts? Ich dachte, das wird jetzt so voll massiv, aber... Nö. Ist nicht. Ist einfach nicht. Okay, da ist meine Uhr. Ähm. Gut, liebe Leute. Wir sind tatsächlich am... ...an der Autobahn angekommen. So. Und sogar schon viel weiter. Oha, ja. So. Und sogar schon viel weiter. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen... Wartet mal, in der nächsten Folge. Oh Gott. Ja, in der nächsten Folge müssen wir unbedingt hier einen Hafen machen. Ganz wichtig. Gut, Leute. Aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Ähm. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat von Sims64, dann lasst mir doch mal gerne mal ein leichter Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Äh, würde mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal habt. Und, ja. Bis hier weiter gesehen. Wieder beim nächsten Mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend, oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.